Oh, zum Glück bin ich Crewmate, Alter. Oh, ich komme auf dieser Map nicht klar. Ich, ich kenne die ganze Kacke noch nicht. Ich werde so gebumst die Runde. Ich werde so gebumst die Runde. Pass auf, ich sah es euch. Ich war jetzt zwei Wette aneinander im Poster, ich werde gebumst. Ich werde einfach weggeflexed. Oh oh. Nein, ich will die Poster auch. Ein geile im Poster wäre ich glaube ich jetzt nicht. Der wird mich sogar da mitten im Gang wird, der mich wegkladdert. Oh lol, nein. Da war ich gerade so euphobisch. Okay, zurecht. Zurecht, zurecht. Man muss sagen, es war zurecht, okay? Oh, okay. Ich verzeihe dir, Sven. Ich verzeihe dir. Ich nehme es dir nicht übel, dass du mich getötet hast, okay? Ich hatte zwei sehr schöne im Poster. Na gut, die eine habe ich nur durch Glück gewonnen. Wow, einer tot? Dizzy ist tot. Herr Kalle. Herr Kalle. Also ich bin der Imposter. Ich habe Dizzy getötet. Auf jeden Fall. Das reicht mir. Ich bin ganz schön enttäuscht. Also ihr werdet gleich alle weinen, weil ich sterbe. Aber ist okay. Ich nehme das, ich nehme das. Ich nehme das weg. Kalle, ich rufe für dich in die Bresche. Ich hoffe wenigstens mit Würde. Werden nicht gerade diese... Also ihr seid dumm gerade, ne? Aber ist okay. Ich würde man dann zwischen... Kalle, ich... Ich will doch die Diskussion jetzt hier vernünftig haben. Also da waren so Kabel, die ich gemacht habe und... Was denn? Nein, ich habe Kabel gemacht. Nein, bloß nicht, ey. Bitte nicht, Kalle. Ganz kurz, Jay, 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 Jay. Ich darf ja nie wieder was sagen, weil ich jetzt sterbe. Ich werde kurz sagen, was ich gemacht habe. Ich habe nämlich... Ich bin direkt hochgegangen zu diesem Ding zum Fixen. Hab den Code eingegeben. Dann habe ich die Kabel gemacht. Und ich war vorher noch bei Reaktor. Hab da auch eine Aufgabe erledigt. Da war ich der Einzige, der da war. Und ihr seid jetzt alle dumm, weil ihr mich rauskickt. Aber ich kann richtig heftig bei WhatsApp gleich chillen. Also ich wünsche euch eine schöne Runde und bis bald. Das bringt uns zwar jetzt noch nichts, aber ich glaube, einer von Maxi, Sven, Mike ist auch im Poster. Gell? Ich kann nicht erwarten, dass ihr euch gleich alle bei mir entschuldigt. Danke. Ich bin bei dir, aber ich habe noch nicht für dich gewottet und ich werde auch nicht für dich voten. Kalle, ich habe versucht, dich zu retten, also... Wie gesagt, die Tür ging halt auf, aber der wird wahrscheinlich weggeventet sein, oder? Ich weiß nicht mal, wo er gestorben ist. Der ist gestorben und im Werklob oben links. Da waren wir doch. Da haben wir hochgelaufen, da habe ich doch reportet. Das ist doch logisch. Warum fragst du da überhaupt? Also der Einzige, den ich... Weil ich war gar nicht so aufgaben, was ich habe, wo wir waren. Sven, du kamst aus dem... Aha, warum machst du das? Ich war vorhin schon... Das war eben gerade den Witz mit Kalle. Ja, ja, ja. Und? Wie gesagt, nimm mal eine Info mit. Ihr seid ja immer die schlimmsten Menschen. Kalle, du hast dich gewählt. Halle! Kann man so dumm sein, dass Glas... Du hast dich selbst auf dich gewählt. Halle, du hast dich selber rausgeworfen. Wow. Ich muss kurz Kalle... Ich muss kurz Kalle eine Sprache hinschreiben. Sag mal, Kalle, was hast du dir jetzt dabei gedacht, dich selber rauszukiegeln? Jetzt sei doch bitte nicht enttäuscht, Mann. Oh, Kalle. Oh, lol. Aha. Oh Mann, ich war gerade den Kristall am Arsch. Also den Report habe ich auch gerade noch gesehen. Halle ist tot? War hinter mir. Wer ist mit hochgekommen? Wer ist aus der Kapitalität mit hochgekommen? Dalu war mit da. Oh, und Ray war mit da. Ja, ich bin gerade jetzt als Letzter rein, ja. Wo ist denn die Leiche von? Ray wird es nicht gewesen sein. Ray wird es nicht gewesen sein. Die Leiche ist vor Electric Eingang. Ich glaube, es ist Dalu. Ich bin nicht... Jay kann es nicht gewesen sein. Ich habe Cafeteria nicht verlassen. Ray ist mit Maxi... Also ich habe da nur noch gesehen Cafeteria, aber ich weiß... Also in dem Lager war er, aber... Okay. Wie hast du das denn gesehen? Das frag ich mich auch gerade. Ganz, ganz, ganz am Anfang gewusst. Da habe ich die Kabel links gemacht und du bist an mir vorbei hoch in dieses Lager gelaufen. Ja, das stimmt. Da habe ich die Kieße dann hingestellt. Wo schreist du denn direkt? Ray steht quasi vor der Leiche, aber ich habe da keine Animation und nichts gehört. Genau, das heißt, aber er kam noch aus der Richtung. Ich glaube nämlich nicht, dass er es war. Nun hätte ich die Animation sehen müssen, weil er wäre in eine andere Richtung gerannt. Okay, wer ist das verdächtigt? Das heißt, der Kill war im Dunkeln. Für mich ist Dalu verdächtigt. Er sagt, er ist noch Cafeteria. Ich kann es natürlich nicht bezeugen. Ansonsten, ich weiß nicht, der noch... Wo war... Kann irgendjemand irgendjemand sagen? Jay und ich sind halt links. Also wir können es gar nicht gewesen sein. Ich möchte übrigens nur anmerken, das ist vielleicht eine unwichtige Info, aber ich habe keine Übrigens nicht draus geworden. Und nicht mal für den Gang, obwohl es als Imposter-Smart wäre, ein Spiel. Er hat sich selber rausgewählt. Ja, er hat sich selber rausgewählt. Welche Formen waren das denn noch? Ich habe auch gewordert auf ihn, aber direkt am meisten. Ja, ich auch. Aber ich habe es direkt bereut. Ich nicht. Wir sind jetzt vernächtigt. Hallo, man kann wieder nicht. Ray und Maxi haben Cafeteria als letztes verlassen. Hallo. Ray. Wo war Mike? Hat jemand Mike gesehen oder Sven? Aber ich war es nicht. Linker Gang. Sehr verdächtig. Linker Gang. Dieses Bild war ein halbes Herz. Ich wollte, dass du die andere Hälfte damit ranbaust. Und wir dann quasi uns menschlich wieder treffen. Kalle. Weil ich mag dich noch so gerne. Ich fühle irgendwie so ein bisschen mit dir. Und habe dich halt eine Runde im Stich gelassen. Es tut mir leid. Okay? Es tut mir leid, Kalle. Mann. Was war das denn jetzt? Ich hatte gedacht, wir hätten verloren. Ich hätte gedacht, wir haben eine Leiche. Ich hätte gedacht, das sind mindestens zwei Kote. Darum darf ich ganz kurz, bevor du anfängst, sagen, wo ich eben war, weil das scheinbar so verdächtig war. Ich war beim linken Gang die Kabel machen, als der Report kam. Genau, es gab die hier hochgelaufen. Für wen soll das verdächtig gewesen sein? Dadurch hat mich gerade eben... Ich habe gefragt, wo ihr warst. Und... Du bist eigentlich gerade nicht Oxygen oben machen gegangen? Ich bin da unten gegangen. Du bist da unten gegangen, da war das schon aus, Dadurch. Ja, das wusste ich ja nicht. Wo solche Sachen wissen, was aus ist. Normalerweise ist oben erst aus, nicht unten. Aber warum weißt du das, Sven? Weil ich an dir vorbeigelaufen bin und hochgelaufen bin, das Oxygen ausmachen und ich alleine war. Und du bist einfach, standst einfach neben diesem Kontaminationsding und hast einfach nichts gemacht. Kontaminationsding hast... Ne, das stimmt ja gar nicht. Ja klar, ich bin an dir vorbeigelaufen. Ja, aber ich war erst in dem Computerraum und dann war Oxygen, dann bin ich hoch, weil ich dachte, das wäre Reaktor. Und dann bin ich zurück und nach unten gegangen zum Oxygen, das war aber schon aus. Ray, es gibt eine Sache, die dich safe macht und eine, die dich gleichzeitig verdächtig macht. Irgendwas für vier, deine Nummer. Als unten O2 an war, Ray, kamst du von links, vom Launchpad. Warum? Weil ich da diese Analyse-Dings machen wollte, dann kam aber auf dem halben Weg der Oxygen und ich dachte, ich bin wahrscheinlich der Einzige, da unten bin, dann rüber. Dann warst aber du schon da. Das heißt, du warst noch nicht an der Analyse, weil Analyse dauert ja nur eine Sekunde. Du drückst ja nur drauf. Ne, 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 ich war da noch nicht. Ich war, würde ich schätzen, ein halber Gang. Also ich war quasi gerade fünf Schritte, nicht mal vier Schritte an dem Oxygen vorbei und dann dachte ich, okay, Oxygen ist ja da unten. Und zuletzt, vor dir, habe ich noch Mike gesehen und der ist eben nicht mit mir da runter. Ich dachte, es haben noch ein paar mehr diese Analyse gemacht. Oder haben das, aber dann dachte ich, ich mache es jetzt halt schnell. Sven war oben am O2, Ray und ich waren unten am O2 und wo waren Sepp, Jay und Mike? Ich war mit Jay wieder im Reaktor, weil wir da gerade die Quests nicht fertig waren konnten. Wenn ich abgemurkst werden sollte, Sepp ist definitiv Crewmate. Also denkt, Sepp habe ich auch gesehen. Ja, Jay ist auch Crewmate. Maxi, Mike und Sven. Kann das sein, dass Ray gewendet ist, weil ich habe im Sensor gesehen, dass Dalu den südwestlichen gepasst hat, aber nicht Ray. Nein, ich bin nicht gewendet. Ich war die ganze Zeit, Dalu hätte es ja gesehen. Ach, egal. Äh, die Fronten verheerten sich. Was müssen wir jetzt machen? Was soll das denn sein? C, S, C, R, what the fuck? C2? War jetzt nicht richtig? Das ist sehr gut jetzt, ja, weil der Kill wollte auf keinen Fall Jay, Sepp oder ich sein. Ja, genau. Es sind Ray und Sven und es sollte ein Doublekill werden. Ich habe Report gespammt, Dardos war als erstes tot. Also das war ein Frame, wo Dardos gekillt wurde. Wait, wä? Sven und Ray stehen mit mir unten an der Schleuse. Wir sind oben in der Schleuse. Genau, Dardos kam auch noch neben mir. Und einer von den beiden hat Dardos gekillt, ich habe Instant Report gekillt, der andere konnte gar nicht reagieren. Die anderen hatten ja gar keine Chance. Du kannst ein Doublekill nicht besser paaren als einer der Report spammt. Ja, das stimmt. Oh mein Gott, ist das jetzt wieder, boah, Dalu. Aber guck mal, Jay, es kann ja sein. Es kann ja nur sein, weil es sind drei Leute, Dalu, oder keine Ahnung. Okay, wenn es ein Megaplay von mir ist, warum? Nee, Dalu wird seinen Kollegen ja nicht outplay, also es kann nicht. Ja, weil ich gerade komplett verwirrt bin, was abgeht, weil ich hier angeschrieben wäre. Für mich könntet höchstens noch Dalu und Mike sein, aber dadurch, dass keiner von beiden sich gerade wehrt, müssen die bei uns sein. Ja, ich glaube, also wenn Dalu im Posto ist, dann muss ich Sepp oder Jay der Zweite sein. Ja, dann mach doch mal, Ray, das 50 Sekunden. Ja, wie gesagt, also ich bin super verwirrt, weil ich stand da, hab gewartet, bis die Deko ist, dann kommt quasi instant der Report und deswegen weiß jetzt nicht, ob... Also ihr standet mit in der Schäuze bei der Leihmacht oder die Waren erzählt, aber... Wenn nicht alleine in einer Fieber-Gruppe stehen, warum solltet ihr killen und reporten? Das verstehe ich aber auch nicht. Aber Ray, hast du einen Kill gesehen? Hast du gesehen, wer wegen gekillt hat? Hast du irgendeinen Verdächtigen? Ja, wenn... Wir waren da zuviert unten, ja. Das heißt, entweder es ist Dalu selber oder es ist Sven, aus meiner Sicht. Und ich sag euch, Maxi, Mike oder Sven waren am Anfang für mich verdächtig. Einer von den beiden ist dabei. Also, ich sag euch... Sven, was ist bei dir denn? Du bist jetzt mal endlich im Poster. Erzähl doch mal was. Wir müssen voten, ich vote Sven. Ich bin genau auf dem gleichen Level wie Ray gerade. Ja, okay, dann bist du leider raus, Sven. Wenn du nicht mal versuchst, dich zu wehren, dann hast du doch leider nicht verdächt. Wenn Dalu mich noch einmal verdächtigt. Hä? Ich hab Mike, Maxi oder Sven. Du bist halt der, der nicht verdächtig ist. Tut mir leid, Sven. Ich hätte dich gern dabei gehabt. Sven Werzi und ich sag nicht, ich hab verloren. Kein Foto für dich. Das ist wahrscheinlich ein richtiger gewesen. Mann. Äh, okay. Scheiße. Ich hab zu schnell ausgerückt. Okay. Wow. Ich wusste nicht, dass man beim... Naja, war so... Ich hab als Geist dreimal den Task verkackt. Eins, zwei, vier... Okay. Weiter. Oha. Okay. Ähm, Jay, ich hab gesehen, wie du nach links gelaufen bist. Du bist zum Reaktor, oder? Mit Dalu zusammen, ja. Wo bist du, Ray? Alleine. Weg zum Reaktor. Deko. Ja, natürlich. Ich bin ja immer alleine. Das ist ja... Also, Jay, du kannst Dalu konfirmen, oder? 100%ig. Okay. Aber, Jay, ich möchte dir nur kurz sagen, nur damit wir das in der Folge abgeschlossen haben. Ähm, sollte das davor kein Double-Kill werden und es sollte einfach nur ein random Stack-Kill werden von zum Beispiel halt Sven. Sven muss es ja sein, weil sonst wäre die Runde zu Ende. Ähm, dann wäre Ray ja nicht der andere. Also, dann wollte Sven einfach einen Stack-Kill machen und es irgendwem in die Schuhe schieben. Das glaube ich aber nicht, weil das super Ball sie wäre. Das würde aber dann noch die Möglichkeit geben, dass Mike der andere ist. Ich bin aber immer noch der Meinung, es sollte ein Double-Kill werden. Ich wollte das nur... Ich wollte das nur gesagt haben. Dass das die andere Möglichkeit wäre. Wie kriegen wir jetzt noch hin, dass wir Mike normalen verlassen können? Also, Dalu hätte ich mich gerade erkennen können theoretisch. Ich habe keine Ahnung. Ich bin, glaube ich, noch nicht wach heute. Die Leiche von Seb liegt, äh, Richtung, wenn du zum Spawn läufst. Da habe ich auch gerade beim letzten Mal einen Task gemacht. Lauf wieder zurück. Launchpad, oder was? Wenn es so heißt, ja. Also, im unteren O2. Ja, da bin ich aber erledigt. Also, da war ich ja schon fertig. Also, da... Also, wenn du die Wahrheit sagst, dann kannst du es nicht sagen. Nee, es kann... Also, wenn Mike mich bläht, so wie gesagt, ich glaube, es sollte ein Double-Kill werden. Ja, ich kann halt nur sagen, dass es halt nicht so ist. Deswegen, ich finde es halt jetzt... Also, ich bin voll vergessen. Das ist Dalu, der irgendwie jetzt so quasi sein... Kann ich nicht sein. ...Mate irgendwie, keine Ahnung was. Oder es ist wirklich Mike, der jetzt Selbstreport macht, oder... Ach, keine Ahnung. Also, Dalu hat nicht Seb gekillt, und sonst wäre es ja vorbei. Das heißt, Dalu ist auf jeden Fall nicht der Crewmate. Er ist auf jeden Fall Crewmate. Ja, Dalu war bei dir, oder was? Da tut mir das natürlich leid. Das heißt, entweder es ist Mike oder Ray. Aber würde ich hier Selbstreporten? Ja, Shane, du kannst Dalu safen. Dann werde ich natürlich jetzt... Ja, dann ist es Mike. Wenn du ihn safest. Ja, dann sind wir Mike. Ray? Ja, ich Mike. Dann ist es Mike. GG. Was heißt GG? Ist es vorbei? Oh, wow. Könnte sich das auch aufklären. Warum bin ich immer auf der Drecks-Map-Imposter, Mann? Ja, das ist so lustig. Das war halt so... Ja, jetzt bin ich auch verwirrt. Also, Mike könnte ich auch sein. In keinem Universum hätte der Double-Kill unten irgendwem in die Schuhe geschoben werden können, weil ihr alle drei oben wart. Also, das hätte nicht funktioniert. Ihr wart... Ihr konnt euch alle decken. Ja, dass halt Dalu diesen Scheiß-Report spammt, Mann. Ja, aber selbst wenn nicht, dann wäre ich auch noch rausgekommen. Ich dachte, wir mussten doch im Perfekt dadurch schon Dalu rausnehmen. Die Einzigen, die quasi irgendwie... Wir waren beide vor bei den Sensoren, by the way. Wir haben gesehen, dass wir da... Ja, ja, deswegen ja. Dachte ich, ey, wenn wir euch jetzt rausnehmen, dann gibt's gar keinen Hinweis mehr so. Ja, aber die anderen drei waren zusammen, das war andere. Ja, genau. Das hätte ja nicht funktioniert. Nee, wenn wir runtergehen und da zwei Leichen sehen, dann... Ich hatte halt einfach vier Aufgaben im Werk, da musste immer wieder zusammen. Ja, das war so anstrengend. Das tut mir auch nervig. Tut mir leid, so ein Double-Kill so zu den 9 ist ärgerlich. Ja, wie hat euch so die Runde gefallen? Wie war's so? Kalle! Ich dachte echt, du wärst die... Kalle, ey! Was wählst du denn dich selber raus? Alter, was seid ihr denn alle? So Brain-RFK und wählt sich dann raus, wenn ich so was sage. Vier Leute haben gesehen. Für den Peck! Du bestimmtолет nicht. Ja, ich denke mal, das war. Du sagst mir viel zu. Shut up und mach das! Schon wieder. Du bist bist, du bist.